Max, das war jetzt die erste Saison, wo du den Kader komplett planen konntest. Was für ein Gefühl hast du mit diesem Kader und welche Ziele sind dieses Jahr drin, auch international? Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl bei dem Kader. Ich weiß oder habe es mitbekommen, dass sehr, sehr viel spekuliert und geschrieben wurde. Und ihr wisst ja, dass ich da etwas verschlossener bin und man hat trotzdem seine Quellen irgendwo. Dementsprechend, wir sind super zufrieden. Bayern Insider. Der Fußball-Podcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Ja, der Bayern Insider ist zurück aus einer Sommerpause. Die erste Sommerpause überhaupt. Ich habe tatsächlich ein bisschen Urlaub gemacht, aber ich wurde sehr, sehr gut vertreten. Und zwar unter anderem von meinem lieben Kollegen Michel Schröer, der heute bei mir im Studio ist. Servus Michel. Schönen guten Tag, Falki. Freut mich. Na, du hast die erste komplette Sommervorbereitung des FC Bayern mal mitgemacht. Na, wie hast du denn FC Rubenreich und der Vincent-Kompanie erlebt? Also war viel los. Auf jeden Fall angefangen mit einem Testspiel bei Düren, Regionalligist 1-1 und nach die Südkorea-Reise. Also echt viel los gewesen. Pokalspiel in Ulm. War mal interessant, ganz nah an der Mannschaft dran zu sein. Mit der Mannschaft im Flieger nach Südkorea. War cool. Ja, viele fragen sich vor allem jetzt, wie ist denn dieser Kompanie? Er wirkt so ein bisschen unnahbar. Er wurde ja schon ein bisschen kritisiert für seine, ja, kurz gefassten Interviews, möchte ich jetzt mal sagen. Wir haben noch nicht ein längeres Interview mit ihm geführt. Er hat noch gar keins gegeben. Aber er redet natürlich auf den Pressekonferenzen. Wie fandest du ihn? Er macht sich natürlich wenig angreifbar damit, will echt wenig sprechen. Auch so kleine Sachen wie, wenn man fragt, welche Spieler sind fit, welche Spieler sind dabei, will er nicht sagen. Sagt, okay, das seht ihr auf dem Spielberichtsbogen. Also ist schon im Vergleich zu Thomas Tuchel, der wirklich viel Einblick in seine Gefühlswelt gegeben hat, was ganz, ganz anderes. Aber was man so hört, ist, die Spieler schätzen ihn, weil er eben ein Weltklassespieler war. Und die Spieler lassen sich gerne was von jemandem sagen, der selbst auf hohem Niveau bewiesen hat, dass er es als Spieler kann. Das war bei Tuchel ein bisschen anders. Ja, das habe ich auch schon aus der Mannschaft gehört. Also das ist sein großes Pfund. Er hat schon alles erlebt als Kapitän von Manchester City und das bringt er ein. Die Spielidee, die gefällt ihnen auch sehr gut. Die Bayern sind jetzt wieder aktiver in dieser Saison. Die geben richtig Gas, pressen vorne richtig viel, also gehen richtig schnell drauf. Das kommt gerade auch im Serge Gnabry sehr zugute, der so ein bisschen auch ein bisschen wiederkommt unter Kompanie jetzt. Also es kommt vielen Spielern zugute. Ein paar fallen hinten rüber, hat man jetzt auch schon gesehen. Sprechen wir, denke ich, gleich auch noch drüber. Also auf jeden Fall, man sieht, dass er sehr aktiv spielen will und viel Gas geben lassen will. Ja, Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, die hatten immer diese Trainerideen, von denen man sehr viel immer gehört hat. Die Spieler verstehen jetzt die Spielersprache des Trainers. Es ist ein bisschen Pep Guardiola-like. Ich meine, er hat Pep Guardiola gelernt. Es ist viel Pressing. Ich habe noch ein bisschen das Gefühl, schaut gut aus, aber die Abwehr, die rückt sehr, sehr schnell raus. Und wenn die erste Reihe bei Bayern überspielt ist, da bekomme ich das ein oder andere Mal schon ein bisschen Angst. Ja, ich bin gespannt. Ich habe schon gedacht, beim Ulm-Spiel, was wird das wohl, wenn es so wirklich auf Wettkampfbedingungen geht, wenn wirklich die Mannschaften auch richtig auf die Knochen gehen und richtig, richtig Gas geben. Da war Ulm leider kein Gegner, der das irgendwie gezeigt hat. Ich bin gespannt, wie es dann auch jetzt gegen Wolfsburg und in der Bundesliga losgeht. Ob es dann auch deutliche Siege gibt, ob es dann auch so deutlich wird wie in der Vorbereitung. Ja, gegen Grassoppers Zürich waren wir beide im Stadion. Da hat man schon gesehen, da war die Mannschaft natürlich extrem unterlegen. Der Gegner hat die Bayern nicht gefordert. Da schaut dieses Spiel wirklich sehr, sehr gut aus. Aber wie du richtig gesagt hast, wenn es echt gute Gegner gibt, dann ist es ein gefährliches Spiel, was die Bayern jetzt spielen. Man muss auch sagen, Pep Guardiola ist halt Pep Guardiola. Man sagt, Kompany will da hin. Er hat die Spielidee, er hat es bei Burnley schon teilweise gezeigt. Und du hast eine Mannschaft, wo ich sage, wenn du sie so spielen lässt wie Manchester City, die Positionen sind gleich. Die Spielweise ist tatsächlich ein bisschen anders, wie ich finde. Aber es ist natürlich so die Frage. Ich meine, wenn du das Spielsystem spielst und du hast halt keinen Rodri, sondern nur ein paar Linien, über die wir noch sprechen wollen. Ich glaube, er wird der Schlüsselspieler für Bayern. Aber ein Rodri ist er nicht. Das ist so, ja. Also ich bin gespannt, wie das echt wird in der Saison. Ob es da auch schwierige Phasen geben wird unter Vincent Kompany. Und die werden wir natürlich aktiv begleiten. Die werden wir begleiten. Und was wir natürlich sehr aktiv begleitet haben, das ist natürlich das Transferfenster. Es geht immer noch weiter bis zum 30. August. Aber Max Eberl, wir haben ihn im Intro gehört. Er ist super zufrieden mit seinem Kader. Und über diesen Kader werden wir in dieser Folge sprechen. Okay, Leute. Es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality TV mag, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also wer Reality TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen. Einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen. Für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch. Und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island. Und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt. Kennen Sie das? Sie stehen morgens auf und möchten gut informiert in den Tag starten, ohne dabei die kostbaren Morgenminuten zu verschwenden? Genau dafür setzen meine Kollegen und ich, Imker Abieger, uns morgens bei Welt für Sie an die Mikros. In unserem Podcast, Das bringt der Tag, hören Sie unter der Woche die wichtigsten Nachrichten in Kürze. und zusätzlich jeden Tag ein Experteninterview zu dem Thema des Tages. All das schaffen wir in nur zehn Minuten, damit Sie besser informiert, aber trotzdem auch noch pünktlich in den Tag starten können. Das bringt der Tag gibt's auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie doch morgen früh einfach mal bei uns rein. Der Transfer-Insider Michel, wir haben mit Max Eber jetzt noch mal gesprochen. Er hat Stellung genommen nach dem Spiel gegen die Grashoppers und ein Kollege hat ihn auch gefragt, welche Note er sich geben würde. Und da wollen wir mal reinhören. Es ist immer schwierig, über sich selber zu sprechen. Ich glaube, dass wir einen sehr, sehr guten Kader zusammen haben. Habe ich ja gerade schon angedeutet, dass wir Spieler dazu gefunden haben, die, glaube ich, gut dazu passen. Mit Dani die Laie wieder beendet haben, ihn zurück zu uns geholt zu haben. Für mich fühlt sich das einfach. Und das ist aber auch nur ein Gefühl. Fußball am langen Ende, wissen wir alle. Drei Euro ins Frasenschwein ist ein Ergebnissport. Das zeigt sich dann, wenn wir auf dem Platz in der Bundesliga stehen, in der Champions League oder im Pokal. Daran werden wir gemessen. Und für mich ist mein Kader wichtig, der einfach eine Konkurrenzsituation schafft, der dem Trainer Spielraum ermöglicht, der eine gewisse Mischung hat, unterschiedliche Spieletypen für unterschiedliche Spiele. Da glauben wir, dass wir, also glauben wir, ich meine Christoph und ich, dass wir uns da sehr, sehr, sehr gut aufgestellt haben. Aber wie gesagt, am langen Ende zeigt es dann am Ende der Saison. Und dann werdet ihr die Noten geben. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, Michel, also Eberl sagt, wir werden ihm Noten geben. Aber er sagt, das werden wir dann erst nach der Saison machen. Ich glaube, so lange wird es nicht dauern. Wir werden natürlich nach dem Transferfenster direkt bewerten. Aber Sie sagen ja auch momentan, die Bayern, der Kader ist eigentlich komplekt. Was sagst du momentan? Welche Note hätte er jetzt im Moment? Bislang würde ich sagen eine Dreihe. Also man sieht ja auch mit Michael Olysee, der performt echt gut im Pokal. Ein Tor vorbereitet, dann jetzt getroffen gegen Zürich. Also das läuft gut. Die Palinia, wie du gerade schon sagtest, glaube ich auch, können Schlüsselspieler werden für diese Saison. Aber so ein bisschen haben wir ja auch noch die Absagen im Kopf. Xavi Simmonds, Desiree Douai abgesagt. Dann auch die Trainersuche immer noch im Hinterkopf. Viele Trainer abgesagt. Klingt so ein bisschen durch. Der FC Bayern ist nicht mehr der Verein, wo man, wenn man ein Angebot bekommt, unbedingt hin möchte. Und das wirft natürlich ein bisschen schlechtes Licht auf die Transferphase. Ja, lass uns die einzelnen Namen mal durchgehen. Michael Olysee. Also ich glaube auch, das könnte ein Knaller werden, was er so gezeigt hat. Er sagt ja selbst, Frank Ribéry war sein Vorbild. Überhaupt die Pressekonferenz, du warst da. Fand ich sehr, sehr kurios. Kannst du mal genauso kurz die Fragen beantworten wie er? Probieren wir es mal. Also, war er gesprächig? Nein. Ist er wirklich sehr, sehr interessiert, über die Bundesliga Auskunft zu geben? Nein. Wie findet er die Premier League? Gut. Also wir freuen uns über das erste Unternehmer mit Michael Olysee. Wir haben schon Scherze gemacht. Wir unterziehen ihm einen Fragenhagel, 80 Zeilen, Bild-Zeitung, 40 Fragen, 40 Antworten. Also dann pro Frage und Antwort jeweils eine Zeile. Ja, bei Journalismus muss man sagen, war schon skurril dazu. Jetzt stellt man eine Frage und dann kommt da wirklich nur so eine Einsatzantwort. Also ist schon verrückt. Habe ich noch nicht erlebt vorher. Ja, er ist ein eigener Typ. Man muss auch sagen, er jubelt auch nicht groß. Also er ist wirklich sehr reduziert. Aber was er auf dem Platz hat, zeigt, das ist gut. Und da wird sich der eine oder andere wirklich warm anziehen müssen. Serge Gnavri sowieso. Der hat es in der Vorbereitung schon gemerkt. Er kam nicht an ihm vorbei. Leroy Sané, der spielt auch oft auf seiner Position. Ist noch verletzt. Also Eberl hat uns gesagt, wahrscheinlich bis nach der Nationalmannschaft, auch im September, ist er raus. Dann wäre der andere schon voll im Saft und voll im Spiel. Auch für Leroy Sané schwierig. Ich sage gerade auch, für Leroy Sané könnte schwierig werden. Denn wir wissen, er hat eine schwierige Zeit gehabt zuletzt. Viele Verletzungen. Und Serge Gnavri, muss ich sagen, der hat mir in der Vorbereitung relativ gut gefallen. Und wenn der tatsächlich jetzt auch, klar für ihn wird es schwer. Ja, aber wenn der gut performt jetzt im Bundesliga-Start und die Seiten mit Ulysée und Gnavri besetzt sind, dann muss ein Sané erstmal reinkommen. Und Ulysée, der macht Spaß. Der spielt Fußball, den man sich gerne anschaut. Ich glaube auch, das könnte ein Fanliebling werden. Ich bin echt gespannt, wie sich das entwickelt in den nächsten Wochen. Und zu Sané vielleicht noch zu sagen, also ich gehe davon aus, dass der zum Holstein-Kiel-Spiel, das ist am 14. September, nach der Länderspielpause, dass er dann wieder zumindest im Kader steht. Da nehmen wir dich beim Wort natürlich, wenn wir genau verfolgen. Ein bisschen Druck aufbauen auf den jungen Kollegen. Joao Palinja, haben wir beide schon gesagt, könnte ein Schlüsselspieler werden. Er ist kein Rodri, muss man mal ganz klar sagen. Also nicht so stark im Spielaufbau. Manche vergleichen mit Javi Martinez, vielleicht ein bisschen doch spielstärker als Martinez, nicht ganz so kopfballstark, aber doch eher einer, der grätscht, einer, der aufräumt und einer, wie ihn Thomas Tuchel schon gefordert hat und Bayern gefiltert hat. Ich kann mich an eine Szene aus dem Zürich-Spiel erinnern. Da hat er wirklich da mit einem Gegenspieler auf dem Boden gekämpft, so ein bisschen Wrestling betrieben, sogar beide lagen da. Echt gefiltert 15, 20 Sekunden zusammen auf dem Boden. Also der haut alles rein in jeden Zweikampf. Das könnte Spaß machen und könnte wichtig werden fürs Bayern-Mittelfeld. Ja und gerade wichtig auch für Jo Kimmich, er ist im Mittelfeld zurück und man muss sagen, erstmals hat er so einen Abräumer hinter sich. Diese Chance hat er vorher noch nicht bekommen und ich glaube, das ist so ein bisschen auch eine Idee von Kompagny und dann könnte man auch wieder einen neuen Kimmich erleben. Das ist so, aber wir wissen, Stani sitzt gerade verletzt, Bowie sehr verletzungsanfällig auf der rechten Außenbahn. Ich will mal wissen, was passiert, wenn der sich wieder verletzt oder mal zeigt, dass er es doch nicht so kann, wie Kompagny hofft, ob dann doch nochmal der Kimmich auf die rechte Außenbahn ausweichen könnte. Ja, ich bin gespannt. Also ich glaube, er wird die Chance suchen im Mittelfeld. Es gibt noch Konrad Leimer, der kann da ausspielen. Also wird ein interessantes Geflecht, aber es zeigt ja schon, das war das Ziel von Eberl, Breite im Kader. Einer, der im Kader eigentlich eher breit machen hätte sollen, qualitativ müssen wir erstmal schauen, ob er es packt, ist Hiroki Ito. Und das ist natürlich wirklich Pech. Fußbruch? Das ist ein Fußbruch, ja. Ich war beim Testspiel in Düren dabei. Das war ganz, ganz bitter. Das war eine ganz verrückte Anlage. Man konnte als Pressevertreter auf so einem kleinen Balkon nur schauen. Ich sah dann nur von ganz hinten, da liegt jemand auf dem Boden. Oh, das ist Ito, direkt sein erstes Spiel oder zweites Spiel, direkt Verletzung. Also ganz, ganz bitter. Bin gespannt, wie lange das braucht mit dem Fußbruch. Ja, jetzt muss man sagen, der Bayern-Fan ist anspruchsvoll. Zu Recht, die Bayern hatten ja auch größere Ziele im Auge gehabt und es hat halt nicht alles geklappt. Man muss sagen, Xavi Simmonds, viele hätten ihn gerne hier bei Bayern gesehen. Es gab Gespräche und am Ende, muss man sagen, hat er abgesagt und für Leipzig entschieden. Und das ist natürlich schon eine harte Schlappe. Ja, eine harte Schlappe aus Spielersicht, aber gar nicht so unverständlich. Denn da spielt er, da kann er nochmal richtig performen, da kann er nochmal sich richtig beweisen und sich weiterentwickeln. Wir haben gerade über Ulysée gesprochen, das wäre bei Bayern nicht selbstverständlich gewesen, erstmal würde ich sagen. Ja, ich bin auch nicht traurig, weil ich sage ja, man muss 2025 unbedingt an Flo Wirz rangehen. Und ich glaube, diese Position, die hätte Simmonds zugemacht, wenn der gekommen wäre für das Geld, was da aufgerufen wurde. Also Paris wollte ja eigentlich nicht verkaufen, das war eigentlich der eigentliche Grund. Verleihen wollten sie ja, aber nur Bayern gesagt mit Kaufoption, da kam er einfach nicht zusammen. Wie gesagt, 2025 kann auch Simmonds wieder Thema werden bei Bayern. Ich hoffe, es wird Wirz und man muss natürlich auch schauen, klappt die Verlängerung mit Musiala? Aber wenn Musiala wirklich nicht verlängert, dann muss der verkauft werden und für den bekommst du dann sicher einiges an Geld und dann wird es auch wieder drin. Das ist so und dann könntest du den großen Generalangriff des Wortmark-Uli Hoeneß, hat er schon auf Leverkusen ausgerufen, könntest du dann auf Florian Witz gehen. Ja, wir hoffen natürlich, dass Jamal verlängert. Allerdings, das sind Gedankenspiele, die bei dieser ganzen Causa Simmonds natürlich mitgespielt haben. Richtig weh, das tat natürlich auch Dewey. Ich meine, der wäre der Backup gewesen für den Simmonds-Unfair, kein baugleicher Spieler, aber natürlich einer für die Offensive. Und der hat ja gleich zwei Dinger zugemacht. Er hat bei PSG zugesagt und damit war ein anderes Thema natürlich von Tisch, weil einen Kandidaten zum Verkaufen, das ist Kingsley Coman und den hätten sie sehr gerne nach Paris verkauft. Das ist so, aber ich glaube, der Paris-Verkauf, der könnte nicht hundertprozentig zu sein, denn wie ich gehört habe, sehen Sie Dewey eher als offensive Mittelfeldspieler, Coman als reinen Flügelspieler. Also wenn sich da vielleicht noch ein ganz guter Deal mit Laie, mit Kaufoptionen ergeben könnte, dann könnte das nochmal heiß werden im Zuge der Transferphase, aber konkret ist da noch nichts. Ja, also Dewey nicht kommen, Simmonds nicht bekommen und man muss auch sagen, also die Verkaufsquote, die war jetzt auch nicht so, wie sich der Aufsichtsrat das gewünscht hat. Also Mattheis Delikt, was haben wir um ihn gekämpft, auch hier im Podcast, die Fans haben wirklich Briefe geschrieben, es gab ein Voting. Letztendlich hat ihn dann Ebaldorf verkauft zu United für 45 Millionen. Ich habe nochmal nachgeschaut, Marktwert 65, gekauft wurde er für 67 Millionen und jetzt gibt man vielleicht den besten Verteidiger der letzten Saison für 45 Millionen ab, Michel. Das ist bitter und dazu kommt dann auch der Verkauf von Masraoui, auch nur 15 Millionen, aus meiner Sicht auch zu wenig. Ich habe auch nachgeschaut, Marktwert 30 Millionen. Ja, also da sieht Max Ebald nicht so gut aus aus meiner Sicht. Also die drei erklärt sich schon. Man muss auch sagen, die Einkäufe, die, ja sagen wir mal, durchschnittlich wirken, also die ganz großen Sachen haben nicht geklappt und trotzdem, wenn man es zusammen echnet, 55 Millionen für Palinia, 55 Millionen für Olisee und für Ito auch nochmal 23,5. Also das sind schon mal locker über 130 Millionen Euro für drei Spieler, also wenig ist es nicht. Das ist es und Uli Hoeneß hat ja gesagt, zwischenzeitlich, als es dann auch ums Spielerkaufen wieder geht, wir müssen jetzt erstmal wieder verkaufen, weil sonst müssen wir bald mit einem Gelenkbus zu den Auswärtigen fahren. Ja und das ist jetzt auch der große, große Punkt. Passiert noch was bei Bayern? Sie stapeln ziemlich tief. Ich habe gehört, einen wollen sie noch verkaufen, dann könnte noch was passieren, aber wenn keiner mehr verkauft wird, und wir haben ja schon über Kingsley Coman gesprochen und wir reden natürlich auch noch über Leon Goretzka, wenn das nicht passiert, dann wird es schwer. Dann würde ich sagen, passiert nichts mehr, wenn davon noch einer geht, wie gesagt, dann könnte noch was passieren. Ja, auch mit Leon Goretzka ist es so eine Sache, auch über ihn haben wir gesprochen, mit Max Eberl und Eberl hat ganz klar gesagt, ja, sie schätzen den Spieler sehr, aber sie haben ihm auch signalisiert, dass er es nicht leicht haben wird. Und nicht leicht hat er es in der Vorbereitung. Und dann, der Höhepunkt war halt die Ausbotung im Pokal in Ulm, das war ja ganz, ganz bitter, dann spielst du ja die erste Pokalrunde und du musst in München individuell trainieren und fährst nicht mit nach Ulm, also mehr geht ja nicht, also das war wirklich ganz, ganz bitter für Leon Goretzka. Ja, ist nicht Bayern-like, hat es früher auch nicht gegeben, Spieler da einfach so rauszunehmen, also wir sehen es ja, in der Premier League passiert das immer. Sterling erfährt es gerade bei Chelsea, durfte auch nicht mal im Kader sein, also wirklich bitter für Leon, der sich ja wirklich nicht zu Schulden kommen hat. Lassen, wir zwei haben noch ein bisschen nach dem Spiel gewartet beim Campus auf ihn, war ganz lustig, war wirklich sehr, sehr nett, hat auch die Fans bedient. Und wie wir ihn dann angesprochen haben, fand das eigentlich ziemlich witzig, ihr habt euch diesmal zu den Fans gemischt, aber so richtig antworten wollt ihr nicht auf die Zukunft. Nee, da will er gerade nichts zu sagen, da schweigt er lieber, aber man muss ihn wirklich lassen, der hängt sich rein, auch im Spiel, der war ja voll dabei, ist als Führungsspieler vorangegangen, hat mit den Spielern gesprochen, hat sich überhaupt nicht hängen lassen, war sehr konzentriert, wollte natürlich keinen Fehler machen, jeder Pass sollte sitzen, das hat man ihm angesehen. Zwischendurch lag er auch immer auf dem Boden, war ein bisschen verletzt am Fuß, wurde auch ein paar Minuten behandelt. Also ich würde sagen, so mancher Spieler bei einem Testspiel, der hat sich dann auswechseln lassen, aber Goretzka, der gibt weiter Gas und das muss man ihm schon anrechnen, dass er sich da jetzt nicht hängen lässt und die ganze Situation irgendwie auf der Tribüne über sich ergehen lassen will, sondern der will sich weiter reinhängen. Ja, der Verein hat ihm ins Gewissen geredet, ihm klar gemacht, sie würden ihn gern verkaufen. Ich habe aus den Gesprächen gehört, Leon war da ziemlich cool und hat dann gesagt, bis zum Winter schaute ich auf jeden Fall mal an und ich glaube, da schwang so ein bisschen mit. Er wartet noch ein bisschen ab, wie die Trainersituation dann ist. Das weiß man nicht. Also ein Schäme, wer Böses dabei denkt, aber ja gut, bei Bayern momentan bei der Trainerquote, man weiß es nicht. Und er verdient ja auch gutes Geld, meinst du, Bayern? Ja, 17 Millionen Euro sollen es angeblich sein. Juristen, liebe Grüße, wir schätzen natürlich ja nur, wir schätzen ziemlich gut. Und wenn man 17 Millionen sagt, dann wissen wir auch, wie die Vertragsmodelle bei Bayern ja oft sind. Da ist es angeblich so, Grundgehalt dann in diesen Größenordnungen vielleicht 13 Millionen plus 4 an Boni. Das heißt, man kann sich auch ein bisschen Geld sparen, wenn man denn einfach auf die Tribüne sitzt, was natürlich auch eine Maßnahme ist, aber auch ziemlich hart. Das ist sehr, sehr hart, gerade wenn du den Spieler von der Klasse von Leon Goretzka anschaust. Und ich sage nicht, also warum kannst du ihn am Ende nicht mehr gebrauchen, wenn es vielleicht auch im Mittelfeld nicht läuft, wenn sich doch noch einer verletzt. Dann kann er auch wieder reinrutschen, auch wenn er dann erstmal bis zum Winter vielleicht warten will, dann kann auch noch in der Hinrunde was passieren. Also ich würde die Tür für Leon Goretzka im FC Bayern noch nicht hundertprozentig zu machen. Ein Tool haben die Bayern noch und ich habe gehört, vor diesem Tool hat Leon Goretzka am meisten Angst und zwar das ist die Champions League. Die Anmeldung, die ist erst am 2. September, aber ausgelost wird er schon Ende nächster Woche. Und wenn er da für den Kader nicht gemeldet wird für Bayern, dann könnte es nochmal ein Umdenken geben. Das stimmt, Champions League ist ein großer Wettbewerb. Das hat er im Kopf, klar. Und dann könnte es ein Umdenken geben. Also ob Bayern da wirklich das macht, das wäre natürlich schon eine sehr, sehr harte Maßnahme. Dann könnte nochmal Bewegungen reinkommen, aber ansonsten bin ich mir sicher, geht er die Saison an. Aber das wäre ja aus Bayernsicht auch total fahrlässig, ihn nicht für die Champions League zu melden. Denn wie gesagt, es kann was passieren. Es kann sich ein Pavlovic verletzen, es kann ein Palinja sich verletzen, es kann auch formmäßig was passieren. Dass Spieler nicht performen und dann hast du einen Goretzka, der nicht gemeldet ist. Also das wäre wirklich fahrlässig aus Bayernsicht. Ja, wir wünschen es uns nicht. Es wäre auch nicht Bayernleid, möchte ich jetzt mal sagen. Und Verletzungen passieren. Wir haben über Ito schon gesprochen. Einer, der sich verletzt hat, das war natürlich wirklich sehr, sehr bitter, das ist Danisic. Ist operiert worden am Dienstag, aber er wird noch ein paar Wochen ausfallen. Insgesamt so sechs bis acht Wochen, sechs Wochen mindestens fällt er aus. Und dann kommt es jetzt auf Sascha Bowie an, auf der rechten Außenbahn. Also letzte Saison haben wir ja nicht so viel von ihm gesehen. Ich habe dieses Spiel in Leverkusen im Kopf, das dann wirklich auch hervorentscheidend war für den Titel. Und wer hat ihn wirklich sehr, sehr schlecht aussehen lassen und auch noch ein Tor gemacht? War Stanisic. Also bitterer geht es eigentlich nicht. Und jetzt ist Stanisic verletzt und er muss ihn vertreten. Also ich bin gespannt, wie der sich schlägt, ob er dann noch zeigen kann, dass er das Geld wert war, was Bayern für ihn ausgegeben hat. Ja, 30 plus 5 Millionen, muss man mal sagen. Also ich bin bisher noch kein Bowie-Fan, das sage ich ganz wirklich. Tobi und ich haben uns ja schon einige Wortgefekte zu ihm geliefert. Und Michael, bist du eher auf meiner Seite oder eher bei Tobi? Ich kann es schwer einschätzen, weil ich ihn tatsächlich noch nicht so richtig gesehen habe in dieser Höchstform. Ich habe Galatasaray jetzt nicht so verfolgt. Also ich habe immer viele Türken getroffen, überall die schwärmen so von dem. Und kannst du mir irgendwie ein Autogramm von Bowie besorgen und sonst was? Wir finden den so gut. Und an den Plätzen auch immer, bei den Testspielen, komm zurück zu Galatasaray. Der war da wirklich eine Ikone, kann man fast schon sagen. Aber Bayern hat das wirklich noch nicht gezeigt. Und ich bin gespannt, wie es jetzt läuft. Ja, das ist natürlich der totale Gegendurft zu Stanisic. In der Offensive muss er spektakulär sein. Das gefällt dem Fest natürlich. Defensiv, da soll er seine Schwächen haben. Also Stanisic ist jetzt sehlich auch nicht der Kreativspieler da hinten. Wie ein Kimmich zum Beispiel, der da viel kreieren kann. Aber er ist halt hinten sehr, sehr stabil. Und deshalb war dieses Duell gegen Leverkusen 0 zu 3. Ich war damals in Leverkusen wirklich so kurios, dass der mit seinem einfachen geradlichen Spiel nicht nur den Bowie total schlecht aussehen hat lassen, sondern dann auch noch das Tor macht. Das war natürlich richtig bitter. Wir haben den Kader jetzt gesehen. Wir haben ihn besprochen. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr ausgewogen und ein sehr, sehr guter Kader. Ohne große Ausreißer jetzt von den Neuen nach oben. Aber vielleicht mit den Details, die letzte Saison einfach gefehlt haben. Also ich sage, trotz allem, trotz aller Kritik, gibt es eine 3+. Im Moment von mir. Wobei ich natürlich auch sage, Simmonds und Dué, das ganz, ganz große Regal hat nicht geklappt bei Bayern. Und das ist ja auch neu, finde ich, dass Bayern wo anklopft und die sagen nein. Und deswegen bin ich auch bei einer 3 und nicht bei einer 3+. Weil alle haben noch diese Trainersuche im Hinterkopf und dann jetzt auch zwei Transferabsagen. Nicht so schön und wirft das Ganze meiner Meinung nach in schlechteres Licht. Und deswegen bleibe ich bei einer 3, obwohl mir die Neuzugänge auch gefallen bislang. Ja, da muss Max Eber noch zugute halten. Wurde ihm nicht leicht gemacht, auch vom Aufsichtsrat. Die sehen da alles auch manchmal ein bisschen skeptisch. Ist auch ihre Aufgabe, ist es ein Kontrollgremium. Bei Davis, da haben sie ihn so ein bisschen, ja, ausgebremst. Mit dem hätte er gerne verlängert, aber das war ihm zu teuer. Und wir werden jetzt auch gleich zu Jonathan Tag kommen. Der ist im True or not true Ping-Pong. Und auch da, da sage ich mal, hat es ihm der Aufsichtsrat auch nicht leicht gemacht. True or not true, das ist hier die Frage. Ja, Michel war schon öfter mal zu Gast als Experte hier im Bayern Insider. Beim True or not true Ping-Pong gibt es heute sein Debüt. Und mal schauen, ob er sich da so gut schlägt wie Tobi. Ganz kurz, kannst du dich noch an meinen letzten Auftritt als Gastreporter noch erinnern? Da warst du bei Werder Bremen. Genau, wie ist das Spiel am Ende ausgegangen? Oh, das weiß ich nicht mehr. Wie ging es aus? 1 zu 0 für Werder. Mitchell Weiser getroffen in der Allianz Arena. Oh ja, Ex-Bayern-Spieler. Aber was hast du vorher getippt? Ich habe einen Hohen Sieg für Bayern getippt. Das kann ich mir nämlich noch erinnern. Also, ein Ex-Bremen-Reporter, der schon für Bayern getippt hat, der hat sich die Stelle hier in München definitiv verdient. Ja, dann kommen wir zur ersten Frage, beziehungsweise zum ersten Gerücht. Und du wirst uns sagen, ob es true or not true ist, Michel. Für Leon Goretzka gab es Interesse aus der MLS. True or not true? Das ist true, das stimmt. True! Charlotte FC hat unter anderem angefragt, wollte Leon Goretzka haben, aber das ist für ihn keine Option, denn der hat noch hohe Ansprüche, will auf hohem Niveau spielen, Champions League. Und irgendwann vielleicht mal MLS, man weiß es nicht, aber jetzt gerade keine Option für ihn. Ja, 29 ist er, das ist noch ein bisschen jung für ihn. Atletico Madrid war dran, Jaapel war dran, haben wir gehört. Englische Klubs noch nicht so, ich hatte es auch bei Englischer Woche nochmal klargestellt. Es gab Gerüchte über Arsenal, die suchen zwar, aber auch zu alt, zu teuer. Liverpool auch, Achterposition, aber kein Interesse an Goretzka. Also von daher, das große Angebot für die Bayern, um ihn zu verkaufen, ist auch noch nicht da. Und das ist ja auch genau das, was er, wenn dann machen würde, solche Vereine. Und wenn das nicht da ist, dann könnte es dann doch nochmal auf eine weitere Zeit beim FC Bayern hinauslaufen. Jetzt geht es an dich, Falki, denn Raheem Sterling, wurde ja dem FC Bayern angeboten. Das ist true. True! Muss ich sagen, ein spektakulärer Name. Ich weiß, Pep Guardiola hatte sich ihn früher auch schon immer gewünscht, der hatte ihn im Auge. Er ist dann tatsächlich auch bei Manchester City lange gewesen, dann zu Chelsea gewechselt. 2022 über 50 Millionen hat er gekostet, aber da wird er momentan ziemlich ausgebremst. Ich hatte es schon erwähnt, er saß bei seinem Ex-Club City auf der Bank. Nein, auf dem Kader, muss ich mich korrigieren, er war nicht mal auf der Bank. Die haben 42 Spieler, also dem wird klar signalisiert. Es soll verkauft werden und er hält eigentlich noch ein bisschen die Stellung und möchte eigentlich nicht weg. Bei Bayern, da wurde ihm schon frühzeitig angebogen. Er hat es anscheinend geahnt, das ist schon ein paar Wochen her, aber Bayern hat klar signalisiert, nee, da braucht ihr gar nicht ankommen. Der ist für uns auch zu allem in 29. Wir wollen unsere Gehaltskosten reduzieren und hatten natürlich auf diesen Offensivpositionen schon mehr als genug. Also, der ist kein Thema. Sterling bei Bayern, hätte es dich interessiert? Auf jeden Fall, hätte ich mir vorstellen können, aber wieder nichts. Wäre spannend gewesen. Dafür haben Sie anders zugeschlagen. Wir haben über Michael Olysee schon gesprochen. Der ist auch das nächste Gerücht. Und zwar, Michael Olysee ist jetzt ein Kandidat für eine Nominierung für Frankreichs A-Kader. True or not true? Das stimmt. True. Denn der hat ja auch schon, bevor er bei Bayern jetzt in den ersten beiden Spielen echt überzeugt hat, hat er schon eine echt schöne Leistung bei Olympia gezeigt. Zwei Tore, fünf Vorlagen. Hat er wirklich performt und überzeugt. Und jetzt machen sie sich gerade Gedanken für den Kader im September. Und da könnte er eine Rolle spielen. Ja, also Kingsley Coman muss da auch ein bisschen aufpassen. Zwar nicht seine Seite, aber ist natürlich, Kingsley Coman muss sagen, hat sich auch bei Frankreich nie so wirklich durchgesetzt. Ja, gerade auch bei der EM keine große Rolle gespielt jetzt. Kam da zwar aus einer Verletzung, das muss man sagen, aber keine großen Anteile gehabt, keine Rolle gespielt. Also könnte auch schwer werden für ihn in Zukunft bei einer Nationalmannschaft. Jetzt geht es an dich wieder. Jonathan Tah, über den haben wir ja schon gesprochen. Ist er weiter ein Kandidat beim FC Bayern? Not true. Not true. Und zwar im Moment, man muss sagen, eine klare Eberl-Personalie. Und nicht alle im Klub waren von dieser Personalie so überzeugt. Ich habe auch gehört, gerade im Aufsichtsrat gab es einige Skeptiker. Eberl hat ein Angebot gemacht. Man weiß nicht schriftlich, mündlich. Aber auf jeden Fall wurde Leverkusen signalisiert, 20 plus 5 hätte Bayern für ihn gezahlt. Aber es wurde auch um Geduld gebeten. Man wollte erst Spieler verkaufen und dann darauf zurückzukommen. Und Bayern ist dann nicht mehr darauf zurückgekommen. Und ich glaube, das war der Grund, warum Caro, der Geschäftsführer von Leverkusen, zuletzt nicht so nette Worte für Eberl gefunden hat. Da war einiges los beim FC Bayern. Mit Nax Eberl verhandle ich nicht, hat er gesagt. Und das hat viel für viel Vorhauere gesorgt bei uns und in unserer Berichterstattung auch viel Anklang gefunden, sage ich mal. Also Jonathan Tah ein großes Thema. Und natürlich er selbst, der ganze Zoff, der große Verlierer, ganz, ganz bitter für ihn. Er wollte unbedingt zum FC Bayern, war sein Wunsch. Und dass das jetzt nicht zustande kommt, ist bitter für ihn. Ja, also Leverkusen, haben wir gehört, hat sich darauf verlassen, dass die Bayern da wirklich dranbleiben. Die hatten auch schon Plan B. Sie sind ganz froh, dass er bleibt. Nicht ganz so froh, weil er noch nicht verlängert hat. Und natürlich ablösefrei, der Vertrag endet am Ende dieser Saison. Wollen sie natürlich auch nicht verlieren. Und deshalb, glaube ich, war dadurch, dass sie das ein bisschen das Thema dann auf Eis gelegt hatten für Bayern, die Verstimmung groß, dass da Bayern da nicht mehr zum Zuge kommen. Ich habe auch gehört, das Management von Tarpini Zahavi, dem ist natürlich dadurch momentan auch viel Geld verloren gegangen. Der ist auch verärgert. Und wir wissen, wenn der verärgert ist auf Bayern, ist es nicht gut. Was Schlechtes erlebt schon. Aber was mich interessieren würde, glaubst du denn, dass dann, wir haben gerade über das ablösefreie Thema gesprochen, glaubst du, dass Jonathan Tah dann nächsten Sommer nochmal ein Thema werden könnte beim FC Bayern? Ja, also ich glaube, Eberl schätzt ihn sehr. Ich glaube, ablösefrei. Da wird er ihn auch durchbekommen, beziehungsweise müsste er ihn, glaube ich, gar nicht groß durchbekommen. Es gibt ja so ein gewisses Millionenbudget, unter dem, wenn man bleibt, dann muss der Aufsichtsrat nicht zustimmen. Dann könnte er es eigentlich in Eigenverantwortung umsetzen, Max Eberl und ablösefreier deutschen Nationalspieler. Ich glaube, das sagt bei Bayern keiner Nein, aber im Moment, glaube ich, schwierig. Kann noch viel passieren. Gleich verkaufen sie noch einen, dann kriegt das vielleicht nochmal auf den Tisch. Dann hat er Argumente, aber so schwierig. Michael, einen habe ich noch für dich. Und zwar, Ferner Batsche Istanbul mit Trainer Jose Mourinho, wer kennt ihn nicht, darf sich noch Hoffnung auf eine Verpflichtung von Kingsley Koma machen. Ist es true or not true? Das stimmt nicht. Die waren extrem heiß auf Koma, die wollten ihn gerne haben, aber für Koma keine Option. Er möchte nicht nach Istanbul wechseln, möchte nicht zu Ferner Batsche, obwohl der Trainername natürlich Spaß machen könnte oder Geschmack hat, dieser Trainername Mourinho. Aber er könnte den FC Bayern noch verlassen. Paris kann sein, Manchester City, Barcelona könnte auch eventuell sein. Also es gibt ein paar Optionen, aber noch nichts konkret bislang. Ferner Batsche wird es nicht. Ja, also ich habe auch das Gefühl, er bleibt eher im Moment. Ich weiß, Manchester City hatte damals versucht, einen Swap-Deal hinzubekommen, als Leroy Sané kam. Die hätten ihn gern gehabt. United war immer interessiert, aber zuletzt viel verletzt, die halbe letzte Saison gefehlt. Das sind natürlich schlechte Argumente für Kingsley Koma, der natürlich bei Bayern auch gut verdient. Also das macht den Markt nicht leichter. Da habe ich noch einen letzten für dich, Falki. Und da geht es um Joshua Kimmich, denn Gündogan, jetzt weg beim DFB. Manuel Neuer auch, ist zurückgetreten aus der deutschen Nationalmannschaft. Er ist ja der Favorit auf die Kapitätsbinde. Das ist true. Und Thomas Müller, den haben wir auch noch, der ist ja auch zurückgetreten. Also alle alten, Großen, die wirklich einen Anspruch auf diese Binde erheben hätten können, die sind weg. Und da bleiben jetzt auch nicht mehr sehr viele. Man muss ja sagen, Jo Kimmich, der war ja immer auch bei Bayern Kandidat für das Kapitänsamt. Und bei der Nationalmannschaft ist er jetzt momentan der Favorit. Und es ist schon kurios, Michel, oder? Es schien so momentan, er hat eine schlechte Phase, er ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt und plötzlich ist er sehr präsent. Und ich bin gespannt, ob er wirklich diese Ära, die er bislang bei der Nationalmannschaft noch nicht prägen konnte, man verbindet mit Joshua Kimmich und der Nationalmannschaft, der eigentlich eher schlechte Sachen, früher Vorrunden aus und so weiter, ob er das jetzt als Kapitän nochmal nachholen kann und nochmal eine Ära prägen kann, bin ich gespannt. Ja, wir würden sie ihm wünschen, einen Bayern-Kapitän, das sieht man bei der Nationalmannschaft natürlich immer gern. Das ist so. Michel, dann sage ich vielen Dank, dass du da warst, hat Spaß gemacht. Hat mich gefreut, sehr gern wieder. Ich glaube, wir müssen über Fußball reden und das machen wir auch. In der zweiten Staffel Koppa TS, meinem kleinen Format, in dem ich jede Woche mit verschiedenen Gästen über alles rede, was in der Fußballwelt so vor sich geht. Ab 27.08. bin ich wieder jeden Dienstag überall, wo es Podcasts gibt und natürlich bei Instagram unter atkoppa.ts. Boah, ist das heiß, oder? Ich brauche jetzt erst einmal eine Erfrischung. Kennst du schon die bio-zertifizierten Vio-Bio-Limus? Mit Vio-Mineralwasser aus der Lüneburger Heide und dem Saft sonnengereifter Früchte aus 100% kontrolliert biologischem Anbau. Purer Geschmack, pure Freude. Oh ja, ich liebe die vielen leckeren Geschmacksrichtungen, vor allem Vio-Bio-Limo Zitrone-Limette und Vio-Bio-Limo Orange. Das ist die perfekte Erfrischung für unseren Sommer. Vio-Bio-Limus, jetzt probieren. Und dann müssen wir in dieser Folge natürlich über ein Thema sprechen, das jeden Bayern-Fan bewegt. Manuel Neuer hat am Mittwoch seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft auf Instagram verkündet und es ist ihm nicht leicht gefallen. Hören wir doch mal rein. Liebe Fans, liebes Fußball-Deutschland, ja irgendwann musste der Tag ja kommen. Mit dem heutigen Tag endet meine Karriere bei der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Jeder, der mich kennt, weiß, dass mir diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Über 15 Jahre ist mein Debüt jetzt her, als wir bei den Vereinigten Arabischen Emiraten gespielt haben und ich ultra nervös gewesen bin. Wir haben viele Höhen und Tiefen gehabt bei der Nationalmannschaft. Ich glaube, der Höhepunkt, den kennt jeder. Der Sieg im Maracaná-Stadion gegen Argentinien, wo wir Weltmeister geworden sind. Und wenn ich heute zurückblicke, erfüllt es mich mit Stolz und auch mit einer Menge Dankbarkeit, mit den ganzen Teamkollegen auf dem Platz gestanden zu sein und auch über sieben Jahre lang Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gewesen zu sein, bis zu meiner Verletzung. Was danach kam, war noch eine Zugabe für mich persönlich und dass ich das nochmal geschafft habe, auf dem Rasen zu stehen bei einer Heimeuropameisterschaft, war die Krönung. Manuel Neuer beendet also seine großartige, seine einzigartige Karriere und ich glaube, man kann ihn eigentlich nicht genug würdigen. Also ich glaube, Oliver Kahn und Sepp Mayer, die ich ja beide sehr gut kenne, mögen es mir verzeihen und sind, glaube ich, auch meiner Meinung nach. Er ist der beste deutsche Torhüter in der Geschichte und ich sage auch der Beste, der jemals gespielt hat. Bei Bayern werden wir ihn weitersehen, bei der Nationalmannschaft erstmal nicht, aber ihr habt auch rausgehört, so richtig leicht ist es ihm nicht gefallen. Also wir hatten ja am Dienstag noch bei BILD gehört, er selber hätte sich schon vorstellen können, weiterzumachen, es hätte ihn gereizt. In seinem Statement sagt er ja auch, USA, Mexiko, Kanada, wörtlich, es hätte ihn gereizt. Letztendlich kam aber auch nicht das klare Signal dann auf vom DFB, man könnte da hundertprozentig auf dich setzen und ich glaube, er hat die Zeichen der Zeit erkannt. Unser Chefredakteur Matthias Prügelmann hat auch gesagt, er muss sich entscheiden, ganz oder gar nicht. Seine Idee war ja ein bisschen pausieren, so ein bisschen den Toni Kroos machen, hat er damals ja in Syko ja auch schon angedeutet, aber das ist einfach dann schwierig. Marc-Andre Ter Stegen, man muss sagen, ist auch ein Weltklasse-Torhüter. Er hatte das Pech, dass Manuel Neuer in seiner Generation war, sonst hätte er wahrscheinlich schon viel mehr Titel und Turniere mit Deutschland gewinnen können. Aber jetzt ist seine Zeit und Manuel Neuer, der hatte eine große Zeit. Natürlich Weltmeister mit dieser Mannschaft zu 14, da war er natürlich wirklich entscheidend und ich war dabei und ich kann mich auch erinnern, er hat es ja auch erwähnt, sein erstes Spiel gegen die Vereinigten Emirate. 7 zu 2 war es damals in Dubai, ich weiß noch, es war der 2. Juni 2009 und es war so heiß und da konnte noch keiner ahnen, wo das alles hinführt. Aber es muss man auch sagen, es war damals nicht selbstverständlich, dass er da am 2.10. im Tor stehen würde. Also da war erstmal dieser tragische Suizid, muss man sagen, von Robert Enke. Ich erinnere mich, ich war damals eingeladen, es war der 11.11.2009. Damals hat der Holzhäuser, Geschäftsführer in Leverkusen, immer traditionell zu einem Ganzessen eingeladen an St. Martin und war schauderhaft. Rudi Völler dreht sich zu mir um auf diese Veranstaltung und zeigt mir sein Hände und sagt, habt ihr das gesehen? Robert Enke ist tot. War wirklich, die Veranstaltung wurde natürlich dann abgesagt, es war wirklich sehr, sehr tragisch, sehr, sehr traurig. Er wäre ja eigentlich der Torhüter gewesen für die WM 2010. Danach gab es so ein Duell und man muss sagen, auch da war es nicht Manuel Neuer, das war René Adler. Ich erinnere mich, er war die Nummer 1, ganz klar, ich hatte damals ein Doppelinterview am gleichen Tag noch vereinbart, als er bei der Nationalmannschaft vorgestellt wurde, im Doppel mit Oliver Kahn und auch der hat ihn gewürdigt als Nachfolger. Aber auch da kam es anders, der hatte dann eine Rippen-OP und musste im Mai 2010 dann absagen für die Nationalmannschaft und für die WM. Er hätte gespielt und so kam Manuel Neuer dran und Juni 2009, das Debüt und danach erzählt sich die Geschichte von selbst. Und es war eine sehr, sehr schöne Geschichte, ich bin froh, dass ich dabei sein durfte und ja, bei Bayern, da geht es ja noch weiter. Und ich sage mal so, bis 2025 hat Manuel Neuer Vertrag, das Ende, das hat er noch nicht festgelegt, 2026 im Auge und ich sage mal so, wenn der fit bleibt und es Bedarf gibt bei der Nationalmannschaft und ich wünsche es mir nicht für Marc-André Terzegen, ich hoffe, er bleibt fit. Ich glaube, dann könnte sich Manuel Neuer schon nochmal vorstellen, den Toni groß zu machen und zurückzukehren, aber soweit wollen wir heute noch nicht denken und wir hoffen ja auch wirklich, dass die, die jetzt spielen, sich einspielen auf die WM, alle fit bleiben. Aber das Kapitel Manuel Neuer könnte durchaus nochmal aufgeschlagen werden. Ich glaube, ihm wäre es nicht unrecht, aber erstmal finde ich gut, dass er jetzt einen Schlussstrich gezogen hat. Er geht als Legende bei der Nationalmannschaft und spielt weiter als lebende Legende beim FC Bayern. Und beim FC Bayern wird er auch am Sonntag im Tor stehen, weil da geht es gegen den VfL Wolfsburg. Und dazu rufen wir Kevin Schwank an, unserem Wolfsburg-Insider, schon über ein Jahrzehnt bei BILD. Und der soll uns mal sagen, wie es denn für den Start für Manson-Compagnie denn bei Wolfsburg ausschaut. Servus Kevin und willkommen zurück im Bayern-Insider. Ich grüße. Na, Wolfsburg gegen Bayern. Letztes Duell 2 zu 0 für Bayern in München. Platz 12 in der Liga. Was sagst du, ist diesmal mehr für Wolfsburg drin? Tja, also ich bin jetzt mittlerweile nicht mehr so optimistisch, wie ich noch nach der Vorbereitung war. Ich habe das Koblenz-Spiel gesehen im Pokal. Puh, schwache Leistung. Sehr, sehr schwach gegen einen Tünftligisten. Da muss schon eine extreme Steigerung her und dazu gibt es personelle Sorgen beim VfL. Also ich glaube, da läuft gerade viel für Bayern. Aber ihr habt einen Neuzugang und zwar im Tor und den kennen die Bayern ja schon ganz gut. Genau. Grabara, den kennt ihr ganz gut aus der Gruppenphase der Champions League im letzten Jahr. Der hat euch damit tatsächlich klasse Paraden zur Verzweiflung gebracht beim 0 zu 0 im ersten Gruppenspiel. Das ist ein klasse Typ, extrovertierter Typ. Den erkennt man auch optisch. Das ist der, der immer mit einer Maske spielt, obwohl er es gar nicht mehr müsste. Also im Tor zumindest eine Bank. Vielleicht können die das 0 zu 0 lange halten. Aber ihr habt auch jemanden auf der Bank und das ist Ralf Hasenhüttl. Die Bayern kennen ihn natürlich gut. Er war bei den Amateuren Langspieler. Er hat jetzt die erste Vorbereitung. Was für ein Gefühl hast du? Ja, also wie anfangs gesagt, Vorbereitung echt gut. Konnte man optimistisch sein. Jetzt erstes Pflichtspiel, so lala. Aber ihr wisst es auch, Pokal ist immer so eine Geschichte. Und Ralf hat das eigentlich ganz gut. Also der bringt seine Leute schon auf Temperatur. Ansprachen sind gut, alles okay. Die personelle Lage gibt allerdings zu denken. 17 Millionen Neuzugang im Sturm. Amora leider verletzt. Wird es auf jeden Fall nicht packen. Der Abwehrchef Lacroix wackelt ganz stark, hat sich im Pokal verletzt am Fuß. Puh, das ist der beste Mann, wenn der fehlt gegen einen Harry Kane. Das ist schon eine sehr herbe Schwächung. Die Bayern hören das sehr, sehr gerne. Die Vorbereitung der Bayern hat gezeigt, aber sie sind auch ein bisschen konteranfällig. Carbara hinten, aber habt ihr vorne einen drin, der vielleicht dem Bayern gefährlich werden könnte? Ja, also ein bisschen Speed haben wir mit dem Polen Kaminski. Der hat tatsächlich eine überragende Vorbereitung gespielt. Den musste man vorher nicht unbedingt auf der Agenda haben. Jetzt schon. Und Patrick Wimmer, EM-Teilnehmer mit Österreich und ein Rangnick-Schüler, wenn man es so möchte. Der ist auch richtig gut drauf. Siegt der Schütze im Pokal. Der hat schon eine relativ gute Frühform, trotz der EM-Strapaz noch ins Wochen. Tja, wir wollen es sagen, Kompanie ist natürlich der Bundesliga-Start extrem wichtig. Deshalb hören jetzt alle genau hin. Kevin, wie ist dein Tipp fürs Spiel? Ja, ich glaube tatsächlich, aufgrund der Personalnot, Kompanie würde einen richtig guten Start hinlegen. Ich tippe 3-1-2. Okay, da nehmen wir dich gerne beim Wort und sind gespannt, ob du am Sonntag richtig liegst. Kevin, ich sage vielen Dank, dass du wieder mal da warst. Ich danke. Ja, und das war es mit der Folge Bayern Insider nach der Sommerpause. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt ja, abonnier den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Und wir Bayern Insider befragen uns natürlich, was ist in dieser Saison denn mit diesem Kader drin? Tja, und ich? Ich habe die Frage einfach mal an Max Eberl weitergegeben. Und was sind die Ziele genau für die Saison? Das habe ich schon gesagt, wir wollen jedes Spiel gewinnen. In Titeln? Wenn wir jedes Spiel gewinnen, glaube ich, dann ist die Rechnung relativ leicht. Ja, dann hoffen wir mal, dass die Rechnung von Max Eberl aufgeht. Bundesliga? Pokal? Und wenn du alle Spiele gewinnst, dann geht auch in der Champions League ein bisschen was immer. Und dazu ganz viel Bayern.